Also ich muss mal sagen, ich finde, dass das hier ziemlich schlecht riecht. Findest du mich auch, Kirsten? Das stinkt hier. Und dieses Haus, auf dem Mathilda gerade ist, scheint im höchsten Maße einschulzgefährdet zu sein. Was soll das? Da kann man doch keine Kinder spielen lassen. Und das Pferd da hinten ist sowieso auf Patmanschee. Das ist doch gar nicht echt. Der Baum ist tot. Der Baum ist auch tot. Genauso tot. Da sind zwei tote Bäume. Auf dem Haus oben sind zwei Waben zu sehen, die sich von Fleischresten ernähren. Und es riecht wirklich fürchterlich nach Verwesung hier. Hm, Kirsten, was sagst du dazu? Das ist nicht so schön. Kirsten fände ich das auch nicht so schön und das muss schon was zu bedeuten haben. Kirsten, was bedeutet das denn? Na ja, ich muss ein bisschen größer und sicher anbauen können, ne? Von großen, kräftigen Tischlern sicher gebaut. Ja, ein bisschen mehr Parfüm, ne? Ein bisschen mehr Parfüm, ja. Das ist doch irre hier. Das ist doch wirklich irre. Wer macht denn sowas? Hm, wo ist dein Kind denn jetzt geblieben? Kommt wohl nicht wieder raus. Da hat doch eben was gekracht. Ach, da hinten ist die Kleine. Oh, sie lebt noch. Wie schön. Sie ist schön, wie schön. Na ja, soweit aus Pipi-Takaduka-Land. Ja.